Dienstag, 2. Juni 1665 Namenstag des heiligen Erasmus, Patron der Seefahrer Kapitel 32 Ich schloss die Augen. Das hochstehende Gras streifte meinen Nacken und die breiten Halme kitzelten auf meiner Haut. Die Mittagssonne schien warm auf meinem Gesicht. Ich hörte Gurren und sah eine Schar Tauben auf dem Zaun am Ende des Gartens hocken. Ich suchte nach Bridget, aber sie war nicht dabei. Ich hatte sie jetzt seit zwei Tagen nicht mehr gesehen. Langsam machte ich mir Sorgen, dass ihr etwas passiert sein könnte. Daran konnte ich jetzt nichts ändern. Ich seufzte und blinzelte in den Himmel. In der vergangenen halben Stunde hatte ich Geräusche aus dem Herrenhaus hinter mir gehört, die mein Herz schneller schlagen ließen. Aber auch daran konnte ich jetzt nichts ändern. Ich konnte nur warten und hoffen und zweifeln. Aus der Gasse kam ein anderes Geräusch. Das Aufflattern von erschrockenen Vögeln. Es war Zeit. Der Mann trat aus dem Labyrinth aus Mauern, das den Garten umgab. Er ging durch das Tor an den Löwen vorbei und kam den Pfad hinauf. Vor dem Mausoleum blieb er stehen und lehnte sich mit der Schulter gegen die Ecke des Gebäudes. Die ganze Stadt sucht nach dir, sagte er. Es ist wohl ein Glück, dass hier niemand mehr wohnt, sagte ich. Eher eine Schande. Mortimer Haus ist sehr beeindruckend. Mein Herz schlug noch schneller. Ihr kennt es? Oswin lächelte leicht. Ich bin schon hier gewesen. Allerdings noch nie im Garten. Er legte den Kopf schräg. Gestern hat jemand den Riegel an der Tür zu meinem Dienstzimmer zerstört. Warst du das? Es tut mir leid, Meister Colthurst. Ich wurde dort eingeschlossen. Wie bist du wieder herausgekommen? Durch Gebete, antwortete ich. Oswins Lächeln vertiefte sich. Benedikt hat eine gute Wahl getroffen. Darauf erwiderte ich nichts. Ich habe deine Nachricht bekommen. Oswin hielt den Brief hoch, den ich ihm geschickt hatte. Darin steht, dass du nichts mit dem Kult des Erzengels zu tun hast und dass du nicht verantwortlich bist für die Morde, die Richard Ashcombe dir zur Last legt. Das stimmt. Es steht auch darin, dass du etwas Wichtiges entdeckt hast und meine Hilfe brauchst. Ich war gelinde gesagt überrascht. Nach allem, was passiert ist, dachte ich, du hättest London längst verlassen. Ich musste vorher noch etwas erledigen. Da bin ich mir sicher. Er straffte die Schultern. Also, was willst du von mir? Mein Atem zitterte in meiner Brust. Ich musste meine ganze Willenskraft zusammennehmen, um ruhig zu bleiben. Ich habe das Feuer gefunden. Ach ja? Das Feuer, nachdem Stub und Watt in der Apotheke meines Meisters gesucht haben. Ich erinnere mich. Meister Benedikt hat das Rezept in dem Rätselwürfel versteckt, den er mir schenkte. Hm, so, so. Oswin kratzte sich an der Wange. Und? Ich dachte, ihr wolltet es vielleicht sehen. Warum sollte ich das wollen? Naja, deswegen hat Stub meinen Meister getötet. Das ist es, worauf der Kult es abgesehen hat. Und was hat das mit mir zu tun? Ich blinzelte und suchte nach Worten. Oswin lachte. Haha, du hast gedacht, ich würde mich begierig auf dieses Rezept stürzen. Nein, ich. Und was dann? Dachtest du, ich würde gestehen? Einfach so? Dass ich es war, der die ganze Zeit hinter dem Feuer des Erzengels her war? Dachtest du, ich würde auch den Mord an Benedikt zugeben? Ich spürte, wie meine Wangen heiß wurden. Christopher. Oswin schüttelte den Kopf. Du willst spielen, aber du weißt nicht mal, wie du die Figuren bewegen sollst. Ich, ich hab nicht, stammelte ich. Wenn du gewinnen willst, dann musst du mehrere Spielzüge im Voraus denken. Hier, ich zeig's dir. Oswin hob seine Stimme, sodass sie von der Außenwand des Mausoleums wiederhalte. Ja, ich hab deinen Meister getötet. Ich rührte mich nicht. Ich hab auch Nathaniel Stubb getötet, sagte er. So wie auch die Lehrlinge und Henry Mortimer, Oliver Pembroke und viele andere. Nicht mit meinen eigenen Händen, aber ich habe die Mörder zu ihnen geschickt. Er senkte seine Stimme wieder zu normaler Lautstärke. Reicht dir das? Mein Atem verfing sich in meiner Kehle. Nein, dachte ich, das reicht mir nicht. Hinter mir flog die Tür des Herrenhauses auf und Lord Ashcombe kam herausgestürzt, die Pistole im Anschlag. Vier Soldaten folgten ihm mit angelegten Lanzen. Zwei von ihnen waren die Männer, die ihn stets begleiteten. Hallo, Richard, sagte Oswin. Er lächelte. So eine Überraschung! Oswin Colthurst, ihr seid verhaftet, sagte Lord Ashcombe. Oswin trat einen Schritt zurück. Das sehe ich. Es war viel zu leicht. Ich schaute an Oswin vorbei, vorbei an dem Tor und hin zu dem Irrgarten aus Backsteinmauern. Lord Ashcombe, sagte ich. Versucht erst gar nicht zu fliehen, ihr elender Poritaner, sagte Lord Ashcombe. Oswin trat einen weiteren Schritt zurück. Und warum nicht, Richard? Wenn ich in das Labyrinth fliehe, was dann? Erwarten mich dort die Wachen, die ihr extra für mich abgestellt habt, um mir den Weg abzuschneiden? Lord Ashcombes Augen verengten sich. Mein Lord, wartet, setzte ich an, aber Oswin fiel mir ins Wort. Immer ein paar Züge vorausdenken, Christopher, sagte er und verschwand hinter dem Mausoleum. Und dann traten Oswinske Volksleute aus dem Labyrinth.